Die Stadt ist wieder sicher, danke dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, noch eine Zeit. Ein neuer Klimawandel, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Zieh, es dauert nicht lang. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. So einfach, was du tun musst. Interessant. Ah ja, ich verstehe. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Ich mag gerne, Elzio. Jederzeit. Warum? Ich mag deine Klinge für den Anfang mit etwas Gift veterans. Wie sieht die Klinge aus-zentur. Ich muss euch nicht τι, 2016. Ölzig ist Sachen nicht partir, wenn man den Be vulnerability macht. Bum, bum, Maria Bum, bum, Maria Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.